Mein Name ist Ulrike Breymaier, ich begleite straffällig gewordene Jugendliche im Ableisten ihrer Sozialstunde. Das sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, sind in ihrer jugendlichen Phase straffällig geworden und haben eben vom Gericht die Auflage Sozialstunden abzuleisten in einer gemeinnützigen Einrichtung. Ich heiße Vladimir und arbeite in der Scheinerei mit. Bei mir ist nicht alles gut gelaufen. Ich habe also Freunde gehabt und wieso ich hier bin, ich habe getrunken mit Kollegen und da haben wir was kaputt gemacht, also Mist gebaut im Suft. Jetzt habe ich Arbeitsstunden bekommen, kann sie hier zum Glück ableisten. Ich könnte vielleicht eine Ausbildung hier anfangen. Ganz besonders ist es spannend für den Jugendlichen Mut fassen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, sich an das Thema Ausbildung zu wagen, sich umzuschauen und da wirklich Schritte gehen. Ich will auf jeden Fall keine Straftaten mehr begehen. Ich habe jetzt einen Rückhalt. Ich denke, mein Leben wird jetzt besser verlaufen. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Gesunde Entspannung mit heilsamem Thermalwasser im Bio Vital Hotel Falkenhof in Bad Füssing erwartet Sie die perfekte Auszeit. Einwöchige Erholung zu zweit auf höchstem Niveau gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 08 28 277. Einen Mercedes-Benz A 180 Limousine gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 94 19 521. Spaß, Spannung und Erholung für die ganze Familie. Ein aufregendes Wochenende in einem luxuriösen Erlebnishotel in Deutschlands größtem Freizeitpark gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 95 38 998. Einen Mercedes-Benz B 180 Sportstourer gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 68 62 962. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 81 70 069. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.